Ein einzelner Entwickler will in der Unreal Engine einen Next-Gen-Siedler bauen. Und ganz ehrlich, nach Manor Lords trau ich Solo-Aufbau-Devs mit Unreal Engine eigentlich alles zu. Aber hier muss ich mich gar nicht einfach auf Vertrauen verlassen, denn ich hab The First Explorers schon gespielt. Ich will hier aber ganz transparent sein, das ist eine sehr frühe Version. Die hat eine Map und nur die Grundlagen des Spiels. Aber Grundlagen und Spielgefühl sind ja bei einem Siedler-like verdammt wichtig und hier sind sie meiner Meinung nach sehr vielversprechend. Ich hab's zum ersten Mal auf der Gamescom auf dem Laptop von Entwickler Sebastian Buchwald gespielt und fand's dann so cool, dass ich die Version am liebsten direkt nach Hause mitnehmen wollte, zumal der Laptop kurz davor war, dass der Akku aufgibt. Also hab ich daheim in Ruhe nochmal Szenen für euch aufgenommen und die schauen wir uns jetzt mal an. Wenn ihr auch auf der Suche nach einem Laptop seid, um mir auf der Gamescom euer Aufbauspiel zu präsentieren, ich mein kann ja sein, dann empfehle ich euch den Sponsor dieses Videos, MSI. Die haben noch bis Ende September jede Menge Gaming Notebooks im Sale. Ich nutze seit Jahren den Raider und hab damit sogar schon aus einem Gaming-Café in Tokio Diablo 4 gestreamt, kann also dafür bürgen, dass die selbst absurderen Ansprüchen standhalten. Den Link zu den Angeboten findet ihr in der Beschreibung. Aber jetzt beschreib ich euch erstmal The First Explorers. Was ist das jetzt genau? Es will sehr klar ein Siedler-Erbe sein, aber noch präziser ein Next-Gen-Siedler 3 und 4, also mit direkten ATS-Schlachten, PvP und Skirmish. Damit könnte es genau die Fans abdecken, die Pioneers of Pagonia noch nicht vollends abgeholt hat. Ihr wisst, ich liebe Pioneers. So sehr, dass ich bald sogar eine Sprechrolle im Spiel als Schatzsucher haben werde. Aber ich verstehe auch, dass es manchen, wie zum Beispiel dem geschätzten Kollegen Maximilian Knabe, nicht genug ATS ist. Und dann könnte The First Explorers genau für euch sein. Es geht erstmal wieder ganz klassisch los damit, dass wir die typischen Gebäude- und Produktionsketten bauen. Natürlich den Förster zuerst, das ist wichtig, dann kommen Holzfäller und Sägewerk dazu. Straßen gibt's hier auch, die sind aber optional. Man kann wie in Siedler 3 und 4 spielen und auf sie verzichten, man kann sie aber auch bauen. Der Vorteil ist, dass man sich darauf noch mal schneller bewegt. Der Nachteil ist, dass sie Bauplatz wegnehmen im Vergleich zu Trampelpfaden. Und Bauplatz soll laut dem Entwickler eine sehr kostbare Ressource sein. Was ein gutes Siedler-like auch für dich mit ausmacht, weil das dir den Ansporn gibt, immer weiter zu expandieren. Denn ich persönlich bin ja der Meinung, die Straße ist die Wurzel unserer menschlichen Zivilisation in solchen Aufbauspielen. Und es war eigentlich immer einer meiner wenigen Kritikpunkte an Siedler 3 und 4, dass man dort keine gebaut hat. Deswegen, finde ich, machte First Explorers das hier genau richtig, die trotzdem anzubieten. Vor allem, weil es hier, wie bei all seinen Gebäuden, wunderbar freies Bauen ermöglicht. Die Straßen male ich frei mit Kurven in die Landschaft. Auch die Gebäude lassen sich komplett frei platzieren und drehen. Und das alles ist dann im Aufbau herrlich detailverliebt. Das ist unglaublich wichtig für ein Aufbauspiel im Geiste von Siedler. Und das ist hier absolut gegeben. Wenn ihr euch mal anschaut, wie diese Gebäude dann gebaut werden und wirklich jeder einzelne Bestandteil des Gebäudes Schritt für Schritt platziert wird, inklusive der Inneneinrichtung. Das macht einfach Spaß dabei zuzuschauen und das ist so wertvoll für ein Spiel dieser Art. Und auch die Animationen bei der Arbeit können sich sehen lassen. Auch wenn die, wie gesagt, sehr, sehr frühe Versionen hier noch optimierbar sind. Man merkt, das geht alles nicht nahtlos einander über. Aber man kann trotzdem dem Werkzeugschmied zuschauen, wie er sich das Kupfer nimmt, wie er es schmilzt, wie er es hämmert und wie dann ein Werkzeug daraus entsteht. Übrigens, auch das ist spielmechanisch natürlich wieder relevant. Und es gibt hier keine Vereinfachung gegenüber klassischem Siedler. Werkzeuge müssen einzeln produziert werden. Und wenn ich einen Bauernhof bauen will, dann brauche ich dafür auch eine Sense. Das gleiche gilt für die Waffen, aber die Kämpfe waren in meiner Version noch nicht vorzeigbar. Und die sind natürlich sehr wichtig. Das ist hier noch ein großes Fragezeichen. Es sind hier viele Dinge geplant, wie zum Beispiel mehr Truppentypen inklusive Kavallerie und Formationen wie die römische Schildkröte, große Schlachten und so weiter und so fort. Aber da werden wir sehen müssen, ob das tatsächlich auch so funktioniert. Denn wie gesagt, den Aufbau habe ich hier in Grundzügen schon gespielt, die Schlachten noch nicht. Und wer jetzt bei Kavallerie aufgemerkt hat, ja, das ist tatsächlich nicht alles einfach wie früher. Man sieht aber an diesen Plänen schon, der Entwickler will nicht einfach nur Siedler 3 und 4 nachbauen. Wir spielen wieder die Römer, ja, aber es sind auch Dinge anders. Zum Beispiel gibt es diesmal keine Magie oder Fantasy. Der ganze Ton ist etwas historischer, etwas realistischer, was auch für die Farbpalette gilt. Alles etwas matter, etwas dezenter hier. Das könnte Geschmackssache sein für Leute, die den etwas comichafteren, etwas bunteren Wuselfaktor von früher sehr gerne mögen. Es ist dezent weniger idyllisch dadurch, aber ganz ehrlich, mir gefällt es trotzdem. Es ist immer noch schön wuselig, es sieht gut aus, es macht Spaß, hier eine Siedlung aufzubauen und ihr dann zuzuschauen. Ich meine, guckt es euch einfach nur an. Aus dem etwas historischeren Anspruch ergibt sich auch, dass die Fraktionen besser zueinander passen. Und das finde ich tatsächlich sehr cool. Es sind erstmal hier die Römer spielbar, die sind halt der Kern für ein Spiel dieser Art, wenn du die alten Fans einfangen willst. Dazu kommen später Carthago und die Gallier. Und die sollen sich auch wieder auf die klassische Art und Weise unterscheiden, indem sie z.B. unterschiedliche Ressourcenbedürfnisgewichtungen haben, wenn sie Gebäude bauen. Außerdem gibt es ein paar coole Verbesserungen am klassischen Siedlerprinzip. Wenn wir z.B. wollen, dass Förster und Holzfäller genau diesen Wald hier bearbeiten und aufrechterhalten, so wie er in der Map gespawnt ist, dann können wir exakt den Arbeitsbereich mit einem Pinsel-Tool so hinmalen, wie wir das wollen. Es gibt auch einen klassischen Arbeitskreisbereich, den wir legen können, aber es gibt eben auch das hier. Foundation lässt grüßen, ich fand das extrem cool. Und ja, das geht auch bei Farmen, also das geht bei verschiedensten Arbeitsbereichen. Und es zeigt, dass das hier nicht einfach nur ein Spiel ist, das rein auf Nostalgie und was früher war setzt. Es guckt sich auch um, was sich so bisschen im Genre getan hat und auch konkret, was sich bei anderen Siedler-Likes getan hat. Ein Anlass für Sebastian Buchwald, dieses Spiel überhaupt zu entwickeln, war auch Elemente aus dem ursprünglich vorgestellten Ubisoft-Siedler zu verwirklichen, die wir dann nicht bekommen haben. Also gibt es z.B. auch hier ein Nahrungssystem mit Mahlzeiten in der Taverne. Von Marktständen, die die Nahrung verkaufen, gehen sie ins Kochhaus, dann in die Taverne und das gibt dann neue Siedler. Alternativ ebenfalls von den ursprünglichen Ubisoft-Siedler-Präsentationen inspiriert ist, dass wir mit einem Schiff angelandet sind. Man kann also auch an einem Landungssteg oder mit einer Karawane neue Siedler dazubekommen. Außerdem kann die Nahrung als Produktionsboost dienen, aber nicht indem sie irgendwie Güter verdoppelt oder sowas, sondern wenn ein Produktionsgebäude mit Nahrung versorgt ist, dann macht der Arbeiter weniger Pausen zwischen seinen Produktionsaufgaben und produziert damit in der Praxis mehr. Was dezent noch etwas realistischer ist und die Leute noch mehr knechtet, was ich natürlich sehr gut finde. Vielfältigere Nahrung, also mit mehr Zutaten, bringt hier dann auch mehr. Außerdem werden natürlich auch Minen-Nahrung brauchen und hier sehen wir, dass auch da das Siedler-Prinzip etwas weiter gedacht wird mit coolen neuen Features, denn im Trailer gab es schon Minen an einem Berghang zu sehen, inklusive Leitern und Klettergerüsten. Die konnte ich noch nicht selber bauen, aber offensichtlich existieren zumindest schon Grafikassets dafür. Dazu soll kommen, dass wir auch Waren flussabwärts transportieren können sollen. Dann mit Abfangstationen, die eingestellt werden können, bestimmte Waren auf dem Weg nach unten am Fluss abzufangen und auszuladen, weil das Spiel im Allgemeinen mehr auf Vertikalität setzen will. Ebenfalls neu, es gibt drei Siedlungsstufen. Wir fangen mit einem recht kleinen Dorf an, deswegen sieht das auch alles hier optisch noch etwas primitiv aus und wir haben gar nicht so viele Gebäude, die nach einer prächtigen römischen Stadt aussehen. Das soll aber später kommen, denn es gibt drei Monumente im Spiel, die wir bauen können. Den großen Hafen, die große Burg und das große Lager. Und wenn wir eins davon bauen, dann steigt die Siedlung in der Stadt auf. Man erinnert sich vielleicht an Age of Empires 4, auch da war das ja ein cooles System. Und ähnlich wie da müssen wir uns entscheiden zwischen den Monumenten, weil man steigt ja nur zweimal auf, von Stufe 1 auf 2 und dann auf 2 auf 3. Man hat aber drei Monumente, man baut also jede Partie nur zwei davon und die unterschiedlichen Völker sollen auch unterschiedliche Monumente besonders priorisieren. Zum Beispiel die Kartager als bekannte Handelsnation haben vom großen Hafen dann vielleicht mehr Vorteile. Die neue Siedlungsstufe schaltet nicht nur neue Gebäude frei, sondern auch Gebäude Upgrades. Ein Sägewerk Stufe 2 kann dann auch Hartholz verarbeiten. Wir bauen damit eben besagte neue Gebäude. Die Siedlung verändert sich optisch. Es kommen Steinstraßen dazu, es gibt eine Eselszucht, wo man auch Pferde fürs Militär züchten kann, aber eben auch Esel zum Transport. Es gibt dann forschlichere Truppen, die mehr Waren brauchen, die nicht mehr nur einfach mit sich begnügen. Später braucht man vielleicht sogar Gold für Verzierungen, weil ein Soldat von Stand hat ja Ansprüche. Und, besonders interessant, es soll dann sogar Steinmauern geben, auf denen man auch Truppen platzieren kann und die man mit Belagerungswaffen zu Fall bringen kann. Nun muss man dazu ganz klar sagen, das klingt schon, als hätte sich der gute Mann hier eine Menge vorgenommen. Gerade für einen einzelnen Entwickler. Man hat bei Männerlords zwar gesehen, wie viel ein Entwickler, mit etwas Unterstützung im Fall von Männerlords, aber trotzdem auch lange Zeit erstmal nur ein Entwickler, wie viel so jemand bewirken kann. Man sieht aber auch, dass das gewisse Grenzen hat, was die Entwicklungszeit angeht. Bis Männerlords zu seinen größeren, geplanten Features wie Städten mit Mauern kommt, scheint es noch zu dauern. Und das ist auch okay. Die sollen sich Zeit nehmen, das gut zu machen. Das ist bereits ein tolles Spiel. Ich gönne ihnen das. Das soll keine Kritik sein. Aber auch bei First Explorers muss man eben noch sehen, wie diese Sachen dann tatsächlich umgesetzt werden, wie gut sie dann sind, ob alles davon überhaupt klappt. Pläne können sich auch ändern. Und es sind auch noch grundlegende Sachen offen, wie zum Beispiel, wie gut wird denn der Kampf und der ATS-Part. Aber der Kern der Aufbaufaszination, der ist schon voll da. Das freie Bauen fühlt sich toll an. Man baut etwas Schönes und hat Spaß, dem zuzuschauen. Man hat diesen Drang, weiter zu expandieren, weil man einfach eine größere, tollere Siedlung haben will. Und das ist, finde ich, das Wichtigste für so einen Prototypen. Das ist das wichtigste Merkmal, wenn du den spielst und denkst, boah, ich will mehr davon. Und so ging es mir. Deswegen finde ich dieses Projekt super spannend. Ich werde es weiterhin beobachten. Und wie gesagt, der gute Herr Buchwald soll sich die Zeit nehmen, die er braucht, das gut zu machen. Der Early Access sollte mal 2025 starten. Darauf will er sich jetzt nicht mehr festlegen. Was, wie gesagt, vollkommen okay ist. Wir warten also gespannt, wann es soweit ist. Ich werde das Spiel auf jeden Fall weiter im Auge behalten. Und wenn es Neues gibt, werdet ihr es hier erfahren. Deswegen danke fürs Zuschauen und vielleicht auch mal auf Twitch vorbeischauen, wenn ihr wollt. Twitch TV Maurice Weber, denn da habe ich den guten Mann auch immer mal wieder im Interview, damit er uns Updates zum aktuellen Stand geben kann. Das lohnt sich übrigens auch besonders jetzt, denn am Freitag, den 27. September, haben wir das nächste große Twitch-Event bei mir geplant. Das Ränkespiel kehrt zurück. Mein altes Strategiespielformat, wo die gerissensten Strategen der deutschen Strategieszene sich miteinander messen. Diesmal in Crusader Kings 3 mit der neuen Erweiterung Roads to Power wird es um die byzantinische Kaiserkrone gehen. Und entsprechend lassen wir sogar eine tatsächliche Krone schmieden. In der Abtei Münster-Schwarzach entsteht gerade eine Dolchkrone für das Ränkespiel. Und ich bin immer noch absurd, dass Menschen mich sowas machen lassen. Wenn ihr das gerne in Aktion sehen wollt, wer die gewinnt, würde es mich freuen, wenn ihr auf Twitch vorbeischaut. Wie gesagt, Freitag, 27. September, 16 bis 24 Uhr. Ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.